Es tut sich seltsam, ist heute, aber seltsamerweise finden die Märkte das gar nicht so seltsam. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Markeflüster. Wir haben zwei große Themen heute wieder, einmal die FED und Donald Trump. Und wir haben auf der anderen Seite den Handelskrieg. Fangen wir vielleicht mal mit dem durchaus seltsamen Treffen an, das heute zwischen Donald Trump und FED-Chef Paul stattgefunden hat. Das ist insofern seltsam, als dieses Treffen nicht geplant war. Stand weder bei Paul noch bei Präsident Trump irgendwie im Kalender, war irgendwie nicht angekündigt. Ist offenkundig sehr schnell einberufen worden. Trump hat gesagt, komm mal vorbei. Es ist auch nicht an dem normalerweise üblichen Ort, kam es zu diesem Zusammentreffen. Aber schauen wir uns zunächst mal an, wie unterschiedlich die Darstellung eigentlich über dieses Treffen ist. Wir haben hier auf der einen Seite das, was die FED gesagt hat. Ja, man hat sich da getroffen, aber Paul hat nichts anderes gesagt, als er immer gesagt hat. Jetzt bei den letzten Pressekonferenzen keine direkten Aussagen über die Geldpolitik gemacht. Da werden wir sehen, was passiert. Das ist dem FED-Chef eigentlich auch verboten, sich da direkte zu äußern, auch gegenüber dem US-Präsidenten. Während Donald Trump sagt, ja, wir haben ein sehr, sehr gutes Gespräch im Weißen Haus gehabt mit dem FED-Chef. Na ja, auf einmal hat man sich wieder lieb, nachdem hier FED-Chef Paul eben praktisch wieder Quantitative Easing betreibt, was nicht Quantitative Easing heißen darf. Nachdem er den Repomarkt mit Liquidität flutet etc. etc. Und man hat gesprochen über Interest Rates, also über Zinsen, über negative Interest Rates. Aha, plötzlich negative Zinsen. Was ist das denn? Das hat Jerome Paul noch nie wirklich in den Mund genommen, dieses Wort. Geringe Inflation, Easing, also praktisch, na ja, dass die Inflation nicht so wirklich anzieht. Faktisch sieht die Inflation an, aber eben nicht in der gemessenen Inflation. Dollarstärke und ist ein Effekt für das Manufacturing, also für die Produktion. Trade with China und der EU. Und jetzt ist die große Frage, warum musste dieses Treffen plötzlich stattfinden? Da muss es ja irgendeinen Grund geben, der sich plötzlich ergeben hat, der nicht geplant war. Und da gibt es einige interessante Theorien dazu. Eine will ich Ihnen mal hier zeigen von Forex Live, wo man sagt, na ja, also irgendwie kommt mir das ziemlich komisch vor. Warum ausgerechnet jetzt will Trump unbedingt, dass Paul ins Weiße Haus kommt? Und seine Theorie hier ist, na ja, denkt mal drüber nach. Wir haben heute dazu gleich ja mehr schlechte Nachrichten in Sachen Handelsdeal bekommen. Vielleicht will Trump Paul darauf vorbereiten, dass er diese ganze Geschichte mit dem China-Deal sein lassen wird. Dann im Dezember die Zinsen anheben wird. Und da will er ihm schon mal klar machen, was er dann zu tun hat. Und die Fed zeigt sich hier erst mal mit kalter Schulter. Die hat nämlich gesagt, na ja, wir werden das tun, was sozusagen unsere Regularien uns vorschreiben. Und sonst nichts, jenseits aller politischen Erwägungen, mit denen wir nichts zu tun haben und haben dürfen. Dementsprechend wollen wir uns jetzt mal diese Situation anschauen mit dem Handelsdeal, was da eigentlich derzeit wirklich schief läuft. Andere Theorie noch. Abschließend gesagt hier, Trump will den Dollar schwächen. Es steht dann natürlich erst mal der Spekulation Tür und Tor offen. Aber es ist schon ungewöhnlich, dass dieses Treffen stattgefunden hat. Die Wall steht, die denkt sich scheinbar nichts dabei und sagt, dann machen wir weiter wie bisher. Vielleicht gibt es ja, weil Finanzminister Mnuchin auch dabei war, irgendeinen Zusammenhang mit dieser ganzen Repo-Geschichte. Und da wissen wir ja auch noch nicht Bescheid, was da schief läuft, dass die Fed praktisch Milliarden täglich an Liquidität reinpumpen muss. Aber schauen wir uns erst mal hier die News in Sachen China an. Heute Mittag etwa Eunice Yun, CNBC-Korrespondentin in Peking, die klargemacht hat, ja, die Führung in Peking ist sehr, sehr pessimistisch, was einen Handelsdeal betrifft, weil eben Trump nicht bereit ist, offenkundig die Zölle rückab zu wickeln. Das war ja die Forderung der Chinesen. Und man will jetzt erst mal abwarten, wie das Impeachment-Verfahren ausgeht, will sich angucken, wie die Wahl 2020 verläuft. Wir können reden, aber ein Deal ist wahrscheinlich nicht mehr drin zu den Insider-Informationen. Nö, wir werden erst mal Prioritize China Economic Support. Wir werden uns erst mal sozusagen jetzt dann fokussieren, wenn die Zölle eben nicht abgeschafft werden, auf die Unterstützung der chinesischen Wirtschaft. Und dann wenig später, oder wenig später, etwa zwei Stunden später, das haben die Märkte dann wieder genossen. Ja, es wird wahrscheinlich, oder das ist jetzt inzwischen sogar schon bestätigt, dann eine weitere 90-tägige Ausnahmegenehmigung in Sachen Huawei geben, sodass amerikanische Firmen weiter Geschäft mit Huawei tätigen können. Das war aber lange eigentlich schon erwartet worden. Das ist dennoch etwas, was die Märkte dann so wieder ruhiggestellt hat und signalisiert hat, alles gut, macht euch keine Sorgen. Jetzt ist nur die Frage, wann Larry Cutlow auftritt. Das ist das, was uns wirklich jetzt noch fehlen würde, der uns dann erzählt, wie toll eigentlich alles ist. Wenn wir uns hier auch diesen Bericht in das China Morning Post anschauen, der einmal mehr bestätigt, dass dieser Handelsdeal weit, weit entfernt ist, eben weil die Chinesen nicht bereit sind, so viel an US-Landwirtschaftsprodukten zu kaufen, liegt auch daran, dass die Schweinepest praktisch die Hälfte des Schweinebestands dahin gerafft hat. Und dann braucht man schlichtweg weniger Sojabohnen. Da gab es dazu schon etwas am Freitag in der South China Morning Post. Und man hat eben nach wie vor große Differenzen bei Intellectual Property, also geistiges Eigentum, scheint noch einer der großen Hindernisse zu sein. Da haben die Märkte andernorts teilweise sehr stark reagiert. Hier etwa der Wettmarkt, der die Wahrscheinlichkeit bepreist, wie wahrscheinlich ein Treffen zwischen Trump und Xi Jinping noch vor Ende des Jahres ist. Da ist die Wahrscheinlichkeit deutlich gesunken, dass dieses Treffen noch zustande kommt und die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass dieses Treffen nicht mehr zustande kommt. Jetzt, wie gesagt, brauchen wir dringend einen Cutlow, damit alles wieder gut wird in diese Richtung. Morgen dürfte so gegen 10 Uhr das chinesische Handelsministerium wieder eine Pressekonferenz machen. Da wird man dann sehen, was dabei rauskommt, ob man sich da vielleicht dazu äußert. Jedenfalls die Amerikaner haben sich heute zu Hongkong geäußert, nachdem die Dinge da ja weiter eskalieren. Und man hat klargemacht, wir beobachten die Situation in Hongkong schon sehr, sehr genau. Das ist einer der großen Risikofaktoren, denn wenn die Sache hier eskaliert, weiter mit Toten und möglicherweise das chinesische Militär einrückt, dann dürfte sowieso jede Hoffnung auf einen Handelsstil erstmal obsolet sein. Jedenfalls ist das ein Thema, das jetzt doch stark beachtet wird, nachdem die Studenten sich in der Polytechnischen Universität verbarrikadiert haben und die Hongkonger Polizei eben hier umstellt hat. Teilweise kommt es da zu bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen. Was haben wir noch? Wir sehen, dass wir vielleicht in Sachen Märkte jetzt nicht mehr so ganz günstig sind. Hier haben wir die sogenannte Price-to-Sales-Ratio im S&P 500, also Aktienpreis in Relation zu dem, was ein Unternehmen, dessen Aktien da an der Börse notiert sind, faktisch verkauft. Hier eine schöne Definition. Das ist ein Indikator, der praktisch bewertet, wie jeder Dollar, den eine Firma einnimmt, wie der sich im Aktienkurs widerspiegelt. Und wir sehen, wir sind jetzt auf dem Niveau exakt von 2000. Nun gab es natürlich 2000 keine Blase, das wissen wir alle. Es gab dann auch im Jahr 2007 keine Blase vor den Platzen dieser Nicht-Blase. Damals am US-Immobilienmarkt, so wie wir jetzt eben auch kein QI haben, meine Damen und Herren. Das ist also alles natürlich eine Propaganda derjenigen, die es nicht allzu gut meinen mit den Bullen. Aber schauen wir uns die Kurse an, was wir hier sehen. Und die Charts sind, falls Sie es vergessen haben sollten, meine Damen und Herren, will ich es nochmal extra erwähnen, weil ich weiß, dass da das Gedächtnis oft nicht lange ausreicht. Aber die Charts sind von Capital.com. Wir sehen hier den Dow Jones mit dieser roten Kerze. Und jetzt so diese stückweise Erholung. Ist doch alles schick, ist doch alles gut. Wir sehen ein ähnliches Muster hier beim Nasdaq 100, der heute allerdings ein bisschen schwächer geht. Der Dow hält sich am stärksten. United Health, außerdem Dow, zieht massiv nach oben. Wir sehen den S&P bei 3.120. Der DAX ist schon länger nicht mehr so gut in Form. Der hat am Freitag den deutlichen Anstieg der US-Indizes eigentlich nicht mitgemacht. Ist jetzt wieder bei 13.216 Pünktchen. Das Geschehen um dieses Treffen zwischen Trump und Paul hat den Dollar belastet, weil man vermutet, zumindest der Devisenmarkt tut das, dass Trump irgendwie Paul beeinflussen will, den Dollar weiter zu schwächen, weil das wäre doch so richtig gut für die USA. Wir sehen, dass Gold davon auch profitieren kann, 1.472. Wir sehen, dass amerikanische Crude Oil, das unter Druck kommt, bei 56,88 Dollar. Ich wollte Ihnen noch eine Grafik zeigen, die ich für erwähnenswert halte, nämlich wir sehen, dass die Exporte von Dienstleistungen in den USA das erste Mal seit langer Zeit wieder rückläufig sind. Und das war eigentlich das Einzige, was die Handelsbilanz der Amerikaner noch irgendwie weniger schrecklich hat erscheinen lassen, als sie faktisch ist. Denn man hat ja deutlich mehr exportiert an Dienstleistungen, natürlich nicht an Waren, aber zumindest Dienstleistungen. Auch das ist jetzt vorbei. Gleichzeitig die Verschuldung wie eine Rakete nach oben. Grandiose Aussichten, über die wahrscheinlich Trump unbedingt mit Paul reden wollte. Wir sollten auch drüber reden. Das zumindest habe ich vorhin getan und wünsche jetzt einen wunderschönen Feierabend. Ich sage Servus und Ciao.